Das ist der Q. Der Q spielt gerne Videospiele und guckt sich gerne Let's Plays an. Weil das alleine, aber ganz schön langweilig ist, hat er sich den Bodo eingeladen. Der Bodo spielt gerne Sega. Da der Q aber auch gerne Nintendo spielt, hat er noch den Crowfire, den Dude und den Pabbelgun gefragt. Zusammenspielen macht schon viel Spaß, aber weil die Jungs über den Tag verteilt schon ganz schön viel Mist erzählen, hat sich der Q gedacht, das kann man auch kombinieren. Und hier ist nun das Ergebnis. Eine kleine Reihe Let's Plays mit großartigen, bekannten, aber auch skurrilen Videospielen aus einer Zeit vor HD und 3D, als man auch in Spiele gepustet hat, damit sie funktionieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020